Hallo, ich bin Kira und wir machen heute Fanpost. Hallo, ich bin Kira. Genau, Fanpost machen wir. Fünf Pakete. Heute sind es ein paar kleineren. So, jetzt machen wir Platz. Platz. Tschüss. Also, ich lese dann schon mal den Brief vor. Ich tue mal die restlichen raus. Hier. Ich lese auch noch was drinnen. Dann zwei, ich lese jetzt. Ich gucke jetzt mal den Brief hier rein. Ich glaube, dass da ein Brief drin drin ist. Kira, guck zu. Hallo, liebe Mimile. Ich mag deine Videos. Ich gucke sehr auf deine Videos. Bitte mach mehr Versus-Videos. Und Pranks. Und wann hast du Geburtstag? Wie viele Jahre alt bist du? Viele Grüße deine Emira. Oh Gott, hier. Bitte schüttest du. Nein, du schüttest da ein Bild drauf. Nein, das ist kein Bild. Du musst mal Kira sehen wie die gerade. Oh, meinst du müssen auf das Ding her. Ja. Oh, das ist wirklich so scary. Also, ich bin jetzt acht Jahre alt und hab am 23. August Geburtstag. Nein. Kira. Das nehmen wir jetzt nicht. Nein. Okay. Nein. Ich kann jetzt nicht ernst sein. Psst. Nein. Du. Ich kann jetzt auch nicht. So. Okay, also ich bin halt am 23. August Geburtstag und jetzt hab ich mich gestört. Sag mal. Ah, schau wie cool es ist. Okay, auf den Bild. Kira, ich hab noch ein kleines Blöckchen bekommen. Da ist ein Blatt vorne drauf. Da steht Kira. So. Danke, Emira, für deine tollen Sachen. Jetzt kommt die... Emma? Das ist der Kleber. Kira, reiß auf. Okay. Ali macht das mal auf. Brief, Stick, Brief. Okay. Für jeden ein Stück. Der Brief ist sogar eingepackt. Mhm. Cool. Okay. Das sind Sticker drin. Also ganz schön ein Topmodel-Sticker. Für jeden. Ah, guck, das bin ich im Sommer. Hallo, ich heiße Emma und bin 10 Jahre alt. Ich wohne in Bad Neustadt an der Saale. Und ich gehe in die 5. Klasse. Nee, ist richtig süß. Sie macht auch coole Videos. Ich hoffe, euch gefallen meine Geschenke. Es ist nicht so viel drinnen. Allerdings kann es sein, dass ich Rechtschreibefehler nicht im Text gemacht habe. Also ich hab keine gesehen. Also gut, danke. Eine Playmobil. Kira, wow, ist sie. Okay, bin fertig. Schau jetzt mal. Aber schwierig auszupacken. Mileis Kleidung. Und Essen für Mensch. Essen für Mensch? Ja. Nichts für dir. Hä, Kira? Mhm. Ah, eine Playmobil. Schürze, oder nee? Ein Oberteil. Ja, ein Oberteil. Danke, Emma. Oder? Wo war's denn? Da, gell? Lisa, ja, oder wie Emma. Emma. Danke, Emma, für deinen tollen Blick. Danke. Und es geht weiter mit der lieben Lisa aus Hermsdorf. Ich hatte schon mal zwei Sachen, ein Video lesen und ein Rückkuvert, ja, danke. Autogrammkarte, komm. Oh, Kira, guck mal, wie süß. Kleine Tiere, große Liebe. Oh, das hat sich schön verpackt. Das ist für mich. Kannst du es vor mir aufmachen? Ein schönes Bub. Nein, Kira. Ist es für dich? Oh, hier. Ich merke mir Lisa burn. Wie hieß das? Ja, das ist alles. Hallo, liebe Milei. Ich heiße Lisa, bin neun Jahre alt und bin ein großer Fan von dir. Ich gucke jeden Tag deine Videos. Mein größter Wunsch ist es, dich zu treffen. Ich hoffe, ihr könnt mir eine Autogrammkarte schicken. Ja, wir werden dir auf jeden Fall eine Autogrammkarte schicken. Ja. Und Kira, du kriegst jetzt die Schleifel. Danke, Lisa. So, da bleib ich. Komm, also, dann. Noch nichts aufmachen. Ach so. Ich dachte, du bist schon fertig. Kira, guck mal. Kira, das ist für dich. Fanzidisch. Mann, wie leid, ich will über alles mitschauen. Kira, guck mal. Jetzt mein ich. Oh, das ist ja noch. Mann, was willst du? Cute Baby, mit mir leid zeichnen. Echt? Mit allem, oder? Das habe ich gar nicht bemerkt. Ich mache auf. Retro. Oh, wow. Zwei Sachen drin. Kein Brief. Von Emilia. Vielleicht in der Dose. Die hat los, oder? Warte, dann mach mal die. Da war kein Brief drin. Stopp. Hier ist ein Brief drin. Ja, also. Das ist der Brief. Also, es war ein Magazin drin. Prinzessin Willipe. Seht ihr es? Hey, Kira, du Naschkatze. Nein. Und dann gibt es noch eine Spieldose mit Füllung. Wow. Eine sehr schöne Frau. Toll mal eine Frau. Da hat es drin. Duplo. Ein Räume, Schokolade. Gummibärchen. Blah. Und schwarzer Fett. Schatz. Sticker. Spitzer. Ja, klar. Dig wie, Milei, ich habe ein kleines Geschenk für dich. Ich bin ein sehr großer Fan von dir. Schau täglich deine Videos. Deine Emilia für Milei. Danke, Emilia. Kira. Sollen wir mal reinschauen. Ein Bär, ein Bär. Kira, Mausi. Ein Eisbär. Den kriegst du jetzt. Okay. Oh nein, da ist noch ein Baby dazu. Danke, Emilia, für deine tollen Sachen. Und jetzt geht es weiter mit dem letzten. Für von Family Fun. Oh, Kira, schau mal. Das war für die Katzen, Alter. Katzleckerlis. Die Markierer. Also. Liebe Milei, ich bin Kim und bin zehn Jahre alt. Eure Videos sind toll. Hört bitte nicht auf damit. Ich hoffe, euch gefallen die Sachen. Kann ich bitte eine Autogrammkarte haben? Liebe Grüße, Kim. Perz, könnt ihr mir sagen, wo ihr den XSL Wasserblumen bestellt habt? Papa, die hat dich was gefragt. Was? Perz, könnt ihr mir sagen, wo ihr den XSL Wasserblumen bestellt habt? Ich möchte den auch gerne haben. Po, Amazon, glaube ich, haben wir den gekauft. Wow, sie futterst du. Einfach googeln danach. Ist am besten. Okay. Leckerlis. Und dann geht es weiter. Noch mehr Leckerlis, Kira. Noch mehr Leckerlis. Oh, sind aber Katzenleckerlis. So, die Einur hat noch einer gelacht bekommen. Eine Box, was fehlt da? Essence. Boxerman. Boxerman. Hier einen Rucksack. Nein, hier Rucksack. Was ist das? Ein Monsterpuzzle. Oh nein. Noch ein Monsterpuzzle. 50 Teile. 50 Teile. Ja. Ja. Nein. Komm, jetzt ist gut mal wieder, Kira. Da. Oder raus zu ziehen. Nein. Aus. Nein. Da hat es drin. Sammelkarten. Figuren. Und Figuren. Wie heißt das? Das ist so. Wo soll ich denn? Ja, genau. Ja, mit. Ja. Mit. Also Leute. Das lasse ich jetzt. Kira. Kira. Ab-ibabarabababrop Ab-ibabarababop Also was hat's noch Schöner Rock neh Hier ist ein Kopfding oder nein ne Kette Sind hier eine so smiley äh Hipfer random Papa ohh miraed aber ich kann auch was lernen egal was tu plants hab Kinder guck mal Nein说 Words Ähm, ja, ein Seil, ein Zeilergemachtes. Oh, Kida! Also Kida, hier ist so ein Boppel, der sich das hecken kann. Hey, ich hab' nicht gesehen. Das ist ja, glaub ich, für Kida. Hier, hol. Nur ein Rubble. Nein, hier ist ein Boppel hier. Da gibt's noch Knete. Auf, auf. Und hier ist dann noch so ein Hopfding wieder. Ganz viele Figuren, ich hab' jetzt erst die Hälfte. AUSCH! Ich hab' mich ja geschnitten. Sind noch ein paar drin? Nee, sind nicht ein paar, das sind tausend. Und dann gibt's noch einen Nagellack. Dann haben wir hier ein Tartüchen. Ah, ich hab' mich geschnitten. Guck mal, Kida an. Und ein Nagellack von Essence. Glitzer. Dann haben wir 80 Figuren. Und ein Ball. Schaut mal. Guck mal. Oh, jetzt. Danke, Kimberly, für deine tollen Sachen. Danke. Ich geh' da wirklich erst mal ein bisschen auslüpfen. Hahaha! Egelseite! Okay, komm! Hopp, hopp, hopp. Wuuu! 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 Wuuu!